Hey Leute, KuroToki wieder am Start. Ich denke mal, die meisten von euch wissen es eh schon, ich habe das Ganze jetzt gestreamt, die ganzen Summits und so weiter, weil ich meine, wenn ihr meine CC-Anzahl anschaut, habe ich nur 500 CC übrig und deshalb viel Spaß bei den Summits, Leute. Okay, passt. Erster Multisummon, ganz normaler Multisummon, fangen wir an! Wie so auch für Broly, Polen, hängt davon ab, wann der Gugeta kommt, wird falls überkommen wird. Okay, Eislandschaft, Eislandschaft, sehr schön. Wir fangen schon mal sehr gut an, Eislandschaft ist schon mal dabei, komm schon. Komm schon. Okay, beide schlagen sich, ist kein Problem, Eislandschaft haben wir schon mal. Kein Super Saiyan, schade. Okay, okay, erster Elf, erster Elf ist schon mal da. Erster Elf ist schon mal da. Okay, wer wird es sein, Jungs? Wer wird es sein, erster Elf? Komm schon, wer wird es sein, komm, erster Elf. Erster Elf haben wir, gleich Step 1. Okay, 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 komm schon. Oh, es sind zu viele andere Elfs auch, denn ich weiß es, aber ich will Gugeta, komm schon. Die Eislandschaft muss doch dafür sein, komm. Komm, Eislandschaft plus Elf garantiert, es muss Gugeta sein. Extreme, okay, okay. Egal, weiter. Hier, okay, okay, egal, egal, nicht richtig, nicht richtig. Weiter, weiter. Komm schon, komm schon. Da ist er, da ist er! Step 1, let's go einfach nur, let's go einfach nur. So muss es sein. Jawohl, Mann. Oh, Mann. Ihr müsst euch jetzt mal denken, Ultra-Nzing-Goku-Banner, 18.900 CC, ein einziger Elf. Also, es ging nicht nur ein einziger Elf. Hier ist Step 1, erster Elf. Okay, ja, machen wir mal weiter. Alter, ist... Okay, die Leute werden jetzt langsam echt denken, ich will mit Toshi befreundet, ehrlich jetzt, also... Fuhr. Ahem. Jetzt. Ich bin echt nicht überlegen, ob ich jetzt einfach nur Brawley pullen sollte. Ich bin ehrlich, aber ich will irgendwie... Ha, es ist schwer. Also, dann machen wir jetzt beim Brawley-Banner weiter. Habe ich selber auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, aber... Ja, machen wir bei Brawley-Banner jetzt weiter, würde ich sagen. Also, machen wir jetzt mal die... Boah, hier. Eislandschaft, okay. Ich meine, ja, komm. Das war jetzt... Nein, ich werde jetzt nicht noch auf einen Elf hoffen. Es ist echt nicht so nice. Wir haben zwar 1 Cent die gleiche Animation, aber... Kein Super Saiyan. Okay, okay, diesmal verliert Frieza. Aber, aber es ist die Eislandschaft. Und wo hat Brawley gekämpft Eislandschaft? Also... Okay, okay, okay. Ich habe gerade selber die Hoffnung, Schäfer, es wird jetzt wieder Brawley, komm. Egal, ich bleib... Nein. Okay. Okay, nein. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh, nice. Neuer Extreme, auch nicht schlecht. Der, wir bleiben ganz ruhig. Imagine nochmal Brawley-Informationen. Das wäre so krank gewesen, ehrlich zu sein, wenn das passiert wäre. Okay, okay. Bald kommt das Sparking. Immer noch. Okay, okay. Und hier ist das Sparking. Okay, okay. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Man kann nicht zweimal bei Step 1 ein LF bekommen. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Step 02, Leute. Let's go. Step Nummer 2. Step Nummer 2. Ach, 3 Pods. Okay. Ich meine, wie gesagt, das eine Ziel habe ich schon erreicht. Und ja. Hier bleibt wirklich was los. Ja, kein... Ja, ich... Ja. Luck ist auf jeden Fall am Start. Unentschieden. Okay, bei dem... Ja, da glaube ich jetzt nicht, dass da viel kommen wird. Ich gehe das Ganze schnell durch. Das ist jetzt der normale Ding. Oder... Warte, ist hier jetzt... Hä, ist nicht Step 3 in alle? Okay, ja, ja. Step 3 ist alles Extreme. Okay, dieser Pull ist... Jo. Ich glaube, da wird nichts kommen. Ich finde die so hart. Danke, Alter. Danke. Weiter. Weiter. Okay, jetzt haben wir die Traversie. Und... War's das? Oh, nice. Noch ein neuer Extreme. Okay. Step 3. Extreme oder höher. Extreme oder höher. Ja, komm. Und was bekommen wir hier? Oh, 5 Bots. 5 Bots. Nice. Okay, 5 Bots. Kein Super Seil. Scheide. Nice. Komm schon, komm schon. Gewinn hier direkt. Ich will wieder in Sparking. Komm. Kein Super Seil. Schade. Und? Okay, okay. Ja, komm. Weiter, weiter, weiter. Die ganzen Extreme sind zu jucken. Nee, nicht. Außer es will wieder ein neuer Extreme sein. Dann natürlich schon, aber... Glaube ich, habe jetzt eh schon alle bekommen, die in dem Banner sind. Okay, weiter. Step Nummer 4 und 5 haben wir noch. Okay, und... War's das? Oh, noch ein neuer Extreme. Okay, nehme ich auch an. Habe ich jetzt in jedem Step bis jetzt einen neuen Charakter gehabt eigentlich? Okay, jeder Step ein neuer Charakter. Vielleicht nähert sich er wirklich, probably langsam. Step Nummer 4. Let's go. Step Nummer 4. Okay, schau mir, was das uns geben wird. Oh, Eislandschaft. Okay, okay, okay. Egal, aber es ist Eislandschaft und Jindujan. Schau mir mal. Es ist Eislandschaft und Jindujan. Schau mir mal. Schau mir mal. Okay, okay, okay. Eislandschaft und Jindujan. Schau mir mal. Solange es kein Feature Extreme ist oder so. Komm schon. Okay, weiter. Und... Den habe ich schon. Weiter. Und hier ist er. Oha. Ja, nehme ich auf jeden Fall auch an, würde ich sagen. Also, den kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Step Nummer 5. Weiter geht's. Nochmal Jindujan. Okay, jetzt aber. Okay, komm. Bardock. Bardock, komm schon. Scheiße, ich bin Bardock. Okay, okay, okay. Er ging in den Super Saijin. Hier muss er gewinnen. Komm schon, gewinnen. Okay, er gewinnt. Okay, wir haben Jindujan auf jeden Fall dabei. Heute LF-Toki. Ich denke es mir auch, Mann. Ganz ehrlich. Okay, wir haben wieder einen Gefeatured. Schau mir mal, wer da dabei sein wird. Okay, wer wird da dabei sein? Wer wird da dabei sein? Okay, schau mir mal, welches Parken hier dabei sein wird. Extreme. Rückt nicht weiter. Wer? Wer soll das jetzt sein? Der war doch nie im Leben bei den Gefeatured dabei, oder? Hä, warte mal, was habe ich jetzt mit... Hä? Wollte ich mir sagen, dieser... Warte, was? Boottanks war als Gefeatured dabei, oder was? Doch. Warum ist er als Gefe... Oh, Mann. Okay, egal, egal, egal. Okay, wir machen weiter. Wir machen erstmal hier weiter, okay? Random. Ich denke es mir auch, Mann. Egal, 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 komm. Ein ganzer Drucker und drei neue Charaktere ist ja nicht mal so schlecht gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Random sei unclear, aber sowas von, aber sowas von random. Okay. Nice, komm schon. Jawohl, okay, noch ein Sparking, noch ein Sparking am Start. Let's go. Okay. Welcher Sparking wird es sein? Komm. Komm, schau, ich will gleich ein Sparking einfach sehen. Okay, okay. Hier ist er. Okay, den hatte ich zwar noch nicht, aber... Ja, ja, okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Schon wieder ein neuer Charakter auf jeden Fall. Okay, wir haben wieder einen neuen Charakter, wie man sehen kann. Weiter, direkt weiter, einfach direkt weiter. Great a better luck, aber nicht bei Broly. Ja, das stimmt, bei Broly habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt vier neue Charaktere bekommen, aber nicht die, die ich haben möchte, natürlich. Ja, mein Typ ist gut. Okay. Und, ich sehe es. Er verliert sogar, oha. Bei drei Ports, ja, okay, sind drei Ports. Viel erwarten müssen wir da irgendwie unbedingt. Ach, und es ist sogar einfach nur alles extreme. Toll. Okay, ich brauche nicht den Broly. Ich brauche nicht den Broly. Komm, schick, ich will den richtigen Broly. Okay. Komm schon, weiter. Weiter. Den hatte ich leider eh schon mal gehabt. Und wieder den falschen Broly, okay. Okay, passt. Okay, Step Nummer vier. Ich glaube, wenn ich hier jetzt noch einmal mit Step Nummer fünf fertig bin, werde ich vielleicht den Durchgang bei Gugeta-Banner vielleicht fertig machen. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Machen wir erstmal hier für Broly weiter. Oder ich pull weiterhin für Broly. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir, was ich machen werde. Wieder nur drei Ports, schade. Wampan Ice Extreme dabei, das stimmt. Oh, Goku verliert sogar als Super Saiyan. Okay, okay, Goku. Ich habe verliert hier auch. Okay, um jetzt schon, ja, ja. Das hast du bisher gezogen. Bisher haben wir bei Step Nummer eins vom Gugeta direkt den Gugeta bekommen und jetzt versuche ich Broly zu bekommen. Okay. Okay, ähm, ja. Ich sag's nicht, irgendwie komisch, dass ich Broly noch nicht bekommen habe, oder? Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob der Ben Ice gecheckt hat. Das klappt bestimmt. Ich denke schon. Okay, wie geht das jetzt mal? Kein, wie geht das jetzt mal? Kommt der Bardock. Kein Bardock, aber schaut schon mal gut aus. Am besten, er verliert. Und dann zwei Dinge. Verliert, verliert. Er verliert. Wizz, es muss Wizz sein. Komm, es ist 100 pro Wizz. Ah, dammit, ist es, wie geht das? Egal. Egal. Zeige ich, wie ich ein Spielspieler sehe. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, okay. Okay. Und. Ich hab grad echt nicht gecheckt, wer das sein soll. Ach, schade. Ey, ist 100 pro Wizz gewesen. Ah, RIP. Ey, 100 pro Wizz auch gefeatured, oder? Wie geht das nervt heute? Ich denk's mir auch, ganz ehrlich. Okay, weiter, weiter. Ich glaub, das war's an mit dem Banner. Ja, ja. Weiter geht's. Okay, Jungs, jetzt schaut's gut aus. Jetzt schaut's gut aus. Okay. Schau, wir mal. Zwei Sparkings schon mal am Start. Zwei Sparkings sind schon mal am Start. Kein Wohl, schade. Okay, egal, egal. Zwei Sparkings schon mal am Start. Zwei Sparkings schon mal am Start. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, weiter. Zwei Sparkings schon mal am Start. Komm schon, das muss es jetzt sein, oder? Okay, hier ist der erste. Okay, hier ist der zweite. Oh, Mann. Ich werde den schon wiebel meinen. Ich spiel nur mehr Lineage of Evil, wie es aussieht. Nice. Cooler und dann Freezer sogar hinterher. Alles klar. Okay, weiter. War's das jetzt? Okay, das war's jetzt. Das war's jetzt. Ein Step, äh, mach ich jetzt noch, weil dann kann ich 10er Multisummel, müsste sich dann ausgehen. Let's go. Ja, drei Platz. Okay, okay. Da hoff ich jetzt nicht viel. Kein Ziel mehr. Wenn man größer, wenn man größer, wenn man größer ist, durchbestellt. Okay. Ja, das kannst du vergessen. Ja, hier erwarte ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Das kannst du vergessen. Egal, jetzt kommt der... Ey, ich bin mir nicht sicher, ob ich 10er Multisummel bei den Sparkings machen soll oder lieber... Nein, ich mach Multisummel. Ich mach safe Multisummels. Also nicht Multisummels, sondern einen Multisummel. Sagen wir's mal so. Du hast schnell 200 CC. Nein, nein, mehr werde ich bei diesem Banner höchstwahrscheinlich nicht ausgeben von Broly. Weil ich jetzt genau bei 10 Tickets bin. Gut luck für Multi. Danke. Also, let's go. Fangen wir jetzt an. Schauen wir, was wir da bekommen werden. Gut luck. Danke. Drei Pots. Alles klar. Alles klar. Schauen wir mal. Ich bin ehrlich 0,5%. Das ist jetzt wie gesagt, als würde ich einfach ganz normal einen Step machen. Das war's. Oh, den hatte ich noch gar nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall nice. Jetzt kommt der so interessant. Okay, auch nicht so interessant. Den hab ich schon. Okay, bekomm ich jetzt die ganzen Godkiss oder was? Ja, wie gesagt, die Chance hier Broly zu bekommen, ist aber viel zu gering. Viel zu gering. Und hier ist der letzte. Okay, hier ist der letzte. Hier ist der letzte. Ja, ja. Broly werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr anfassen, weil da habe ich jetzt genau einen 10er Multi rausgehauen. Aber wie gesagt, die 890 Sales werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch holen. Jetzt machen wir natürlich weiter den ganzen Durchgang noch bei Gogeta rein. Also, machen wir jetzt noch bei Gogeta Step 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich hier nicht mehr genug CC. Also, let's go. Machen wir bei Gogeta weiter. Ich meine, Step 1 hat ihr komplett gegönnt. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es eh nicht so schlecht sein wird. Gogeta 6 Sterne. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich bin komplett schon zufrieden, dass ich es überhaupt einmal bekommen habe. Okay, wir fangen direkt wieder mit der Eislandschaft an, auf jeden Fall. Für Super Saiyan Blue senkt er 7 nicht. Das stimmt. Okay, schauen wir mal. Chance 2, Vegeta geht auch für Broly. Ja, safe. Goldener Sparkling. Nice. Okay, er verliert. Aber, ne, es könnte Vegeta kommen, oder? Jawohl, es ist Wizz. Ich dachte vielleicht, äh, Ding. Super Saiyan 3, aber es ist Wizz. Perfekt, sehr schön. Wir hatten nicht Jindujun, sondern 5 Pots. Okay, egal. Let's go. Minimum 2 Sparkings sind am Start. Und hier ist der 1. Okay, Vegetto. Ist das ein Zeichen, Jungs? Ist das ein Zeichen? Nein, ist es nicht. Schade. Okay. 2, äh, ja, es sind 2 Sparkings, die früher wirklich extrem stark waren. Und, was ist das jetzt? Oder kommt vielleicht doch noch was? Nein, eher nicht. Schade. Okay, Step Nummer 3, Extreme oder Höhe. Let's go. Machen wir direkt hier weiter. Komm schon. 2 Gelb-Hinus, das stimmt. 3 Pots, Schade. Extreme oder Höhe. Ah, bei Extreme oder Höhe. 3 Pots ist legit fast immer. 10, 10 Extremes einfach nur. Und beide war ich los. Oha. Ja, und er verliert sogar. Okay, er ist im Save. 10 Extremes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Shenlong hatte. Oder ob ich sie hatte. Ich habe zu... Okay, ich sollte ein bisschen warten. Ich bin jetzt gespannt, ob ich... Oh, nice. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Perfekt. Noch einen neuen Charakter. Alter, ich bin mit dem Banner bis jetzt so hardcore zufrieden. So viele neue Charaktere habe ich bekommen. Okay. Ich hoffe, eine von den ersten 2, die ich gesehen habe, war auch neu. Aber egal, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Und? Ah, schade. Beide habe ich schon. Egal, wenigstens noch einen neuen Charakter hier bekommen. Let's go. Step Nummer 4. Nur mehr zwei Steps haben wir vor uns. Jingle-Jun mit... Super Saiyan Blue. Okay, komm, komm. Jingle-Jun mit Super Saiyan Blue. Das ist nice. Das ist sehr nice. Komm. Egal, er gewinnt hier. Wir haben aber Jingle-Jun anstatt. Die Leute, zwei gefeatured sind da auf jeden Fall dabei. Und? Noch nicht, noch nicht. Hätte lieber Broly. Ähm, ja, ich sage es mal so. Gogeta habe ich natürlich schon bekommen, aber für Broly will ich nicht mehr weiterpollen. Ah, wieder ein neuer Charakter auf jeden Fall. Oha. Oh, den habe... LF-Freezer, oha, den habe ich auch noch nicht. Ähm. Ja, ich sage es mal so. Ist zwar auf jeden Fall nicht Gogeta, aber ein LF, den ich noch nicht hatte, nehme ich auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Alter, wie viele neue Charter habe ich jetzt schon bekommen? Ganz ehrlich jetzt. Oha. Okay, und letzter Step. Broly Ben hat mir ein paar neue Charter gegeben, Gogeta hat mir ein paar neue Charter gegeben und jetzt letzter Step auf jeden Fall. Und drei Pots, nice. Sehr schön. Wie gesagt, das ist irgendwie so hützlich. Das stimmt, zum Glück auch nicht. Weil ich meine, ich würde es so oder so nicht getan. Okay, Monechin. Ja, komm. Hm, weiter. Wenn du schon zweimal Hero Yamcha hintereinander bekommst, weißt du, es wird nichts. Dreimal, dreimal. Äh, kriegen wir Single Tickets im Korpshop? Leider diesmal nicht, was mich komplett getriggert hat. Okay, soll das jetzt gewesen sein. Also ich bin jetzt echt gespannt. Ich werde jetzt nachschauen, wie viele Charaktere mir noch fehlen, weil vor dem Ganzen waren es, glaube ich, warte, wie viele neue Chars sind insgesamt dazugekommen? Ich glaube, vier. Dann war ich auf 17. Okay, 17 Charaktere hat mir gefehlt in Dragon Ball Legends. Schauen wir, wie viele es jetzt sind. Ich mache erst noch die Single Sparking Tickets und dann geht es weiter. Oder kann ich die Coins für CC benutzen? Sollst du eigentlich schon können. Da, ähm, alles unter fünf Pots und kein Jinno-Joon werde ich direkt skippen. Okay, den habe ich leider schon. Weiter. Greta, komm. Greta haben wir schon einmal bekommen. Also ist es echt nicht so schlimm, wenn ich ihn jetzt nicht bekommen würde. Keine Sorge. Okay, das schaue ich mir an, weil hier habe ich oft Bardock-Animationen gehabt. Da habe ich oft Bardock-Animationen gehabt. Schade, keine Bardock-Animationen. Okay, sollen wir jetzt durch... Ja, komm, lass uns einfach durchgehen. Ist dir schon egal. Ach, du kämpfst ja noch, komm. Okay, ich jetzt einfach nur direkt drücken. Ich habe neun neue gehabt. Mal sehen, wie du hast. Und wie geht das? Okay, jetzt. Ja, komm, sind wir schon am Ende. Egal. Wir wollen die Dupes. Das hast du auf jeden Fall recht. Das stimmt. Okay, okay. Ist ja nicht so, dass ich ihn gerade vorhin auch hatte. Aber sagen wir es keinen. Sagen wir es keinen. Greipauts schauen wir uns nicht an. Juckt nicht weiter. Und der letzte Polier. Gispies Wolf, ja auf jeden Fall. Aber sowas von. Fünf Polts. Das können wir uns auch anschauen, würde ich sagen. Gispies sind echt traurig. Das stimmt. Die sind halt, wie schon gesagt, für Re-Roller und für Leute, die neu begonnen haben mit Dragon Ball Legends. Sehr gut. Aber für uns ist es komplett uninteressant eigentlich. Kann man hier sehen. schon einen neuen LF. Schon einen neuen LF. Ja, habt ihr den Gogeta einmal gezogen. Und ein Extreme Fake-Out sogar. Danke, danke. Also, das ist jetzt aber echt. Boah, das ist. Okay, alles klar, Bandai. Alles klar, dass sie mir noch am Ende beim letzten Pool Transforming Gogeta raus hat. Oha. Oha. Okay, ja. Das wäre es auf jeden Fall mit dem Banner gewesen. Und jetzt, Leute, schauen wir uns an, wie viele neue Charaktere ich bekommen habe. Okay, seid ihr ready? Alle neuen Chars sehen wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn neue Chars. Okay, in ganz Dragon Ball Legends fehlen mir nur mehr sieben Charaktere. Oha. Leider muss davon einer natürlich der Broly sein. Also, Leute, das wäre es jetzt mit den Summits gewesen. Und ich muss einfach nur sagen, ich bin selber immer noch ziemlich schockiert, dass ich ihn einfach bei Step 1 bekommen habe, weil, keine Ahnung, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Klar, haben wir leider Broly nicht dazu bekommen, aber da ich in Dragon Ball Legends auch so ein bisschen ein Sammler bin, bin ich auch sehr zufrieden, damit ich jetzt insgesamt mit diesem Banner zehn neue Charaktere bekommen habe. Und ja, da kann ich mich auch nicht groß beschweren, sage ich mal, weil mein Ziel war ja, falls ihr die anderen Videos gesehen habt, hatte ich ja schon gesagt, mein Ziel ist es, mindestens einen Gogeta zu bekommen und dann bin ich schon überglücklich. Ich wünsche hier allen noch einmal viel Glück, falls ihr ihn auch noch versuchen werdet zu pullen. Von meiner Seite aus wäre es es gewesen, hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube Video wiedersehen. Also Leute und ciao!